Bereits in der abgelaufenen Handelswoche ist der Kurs von Netwell Gas um gute 12% eingebrochen zu den möglichen Hintergründen und wie es charttechnisch aussieht. Alles das jetzt in den nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Herbert Körkermann und bevor wir durchschalten, empfehle ich dir, den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten ich neue, interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Letzte Woche ist der Netwell Gas Preis bereits kräftig eingebrochen zu den möglichen Hintergründen und beschreibt einem Bericht von Agra heute zwei Szenarien. Zum einen würden die Risikoprämien des Nord-Konflikts wieder ausgepreist. Man hatte sich ja Sorgen gemacht, dass bei einem Gegenschlag von Israel gegen den Iran die iranischen Energieanlagen getroffen werden könnten. Das ist nicht passiert. Also von daher an der Seite schon mal etwas mehr Entspannung. Auf der zweiten Seite wird aber auch berichtet, dass Goldman Sachs mitgeteilt hat oder veröffentlicht hat, dass es durchaus vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass vielleicht mehr russisches Gas in die EU fließen könnte, als man das bisher eingepreist hat. Bisher geht ja der Markt davon aus, dass zum Ende des Jahres, zum 31.12. die Verträge, die dann zwischen Ukraine und Russland auslaufen zum Transit vom russischen Gas durch die Ukraine in die EU, dass sie also auslaufen werden, sollte das nicht der Fall sein. Und wieder erwartend, doch mehr russisches Gas weiter in die EU, also nach Osteuropa und nach Österreich geliefert werden, dann könnte das sogar gesehen vom Niveau, vom Preisniveau Ende Oktober aus gesehen, Anfang November, Anfang November, die Preise dann sogar noch mal halbieren. Wie es charttisch momentan aussieht bei Netto Gas, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, auf der Plattform von Capitale.com. Los geht's! Auf geht's! Wie gewohnt im Wochenschart, hier verschaffen wir uns zunächst den Überblick. Wir sehen im Vorfeld, ups, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, also hier das Hüro hoch, dann ist der Markt hier mit ordentlich Schwung nach unten durchgerasselt, dann die leichte Seitwärtsphase korrektiver Art und dann haben wir hier wieder eine Abwärtsbewegung bekommen und ein tieferes Tief ausgebildet und seitdem sehen wir, dass wir hier einen korrektiven Aufwärtstrend bekommen haben, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Wenn man ganz pingelig weht, hier nochmal ein leichtes höheres Hoch und dann wäre das hier an dieser Stelle gebrochen worden. Im übergeordneten Bild wäre der Abwärtstrend wieder intakt, wenn wir hier unter dieses Tief fallen, also aus dieser Korrektur hier herauskommen und dann eben nach unten durchrauschen. Ein wichtigster Widerstand auf der Oberseite und das zeigt sich ja dann hier, wir haben hier das Tief, wir haben hier das Tief, das dazwischenliegend hoch, so grob in diesem Bereich und wenn wir hier nach oben durchziehen, dann wäre der Abwärtstrend zunächst erstmal gebrochen, nicht mehr und nicht minder, von daher für mich in diesem Bereich erstmal wichtigster Widerstand. Heißt also hier so grob bei 3,71 Dollar. Was aber noch dabei, den gleitenden Durchschnitt, wir sehen es, der läuft hier oben drüber, durchaus möglich, kann passieren, muss nicht passieren, aus charttechnischer Sicht, dass wir hier leicht eben nach oben drüber dicken, an diesen gleitenden Durchschnitt anstoßen und dann der Kurs zunächst erstmal wieder zurückfällt in Richtung 2,80 Dollar, 2,76 Dollar. Du sagst, das kann passieren, das muss nicht passieren, das muss auch gar nicht erst nochmal direkt nach oben gehen. Wichtigste Unterstützung erstmal auf der Unterseite für mich hier grob bei 1,71 Dollar, 1,70 Dollar, also hier in diesem Bereich. Wir sehen, dass wir hier nach unten durchgelaufen sind, also Abgabedruck bekommen haben und dann sehen wir etwas ganz Schönes. Vielleicht kann ich es eben ein bisschen größer machen. Was heißt Schönes, Interessantes. Also wir sehen, wir sind hier unten durchgelaufen, haben direkt gestoppt, haben dann Impuls bekommen, der Markt ist also nach oben gelaufen, dann nochmal eine Korrektur und in diesem Bereich sind dann schlussendlich die Käufer eingestiegen. Das heißt, wir haben hier einen Push nach oben bekommen, auch ordentlich Dynamik nach oben, Druck nach oben bekommen. Was mir so ein bisschen fehlt, das wäre jetzt noch hier ein höheres Hoch, dass wir vielleicht hier zunächst erstmal nach oben nochmal ranlaufen um dann da unten weg zu korrigieren in Richtung 1,71 Dollar, was nicht ist, kann noch werden. Aber das wäre für mich sozusagen hier das Idealbild für diese vielleicht mögliche Unterstützung kurz eben vor diesem Tief, von wo aus es dann den Fortsatz des Abwärtstrends geben könnte. Damit sind wir eben im Tagesschart. Wir sehen hier, dass wir im Rahmen der Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend des Hochscharts einen lebhaften Wechsel haben von Auf- und Abwärtstrend. Wir sehen es Bewegung, Korrektur, natürlich auch immer wieder mit kleineren Korrekturen dazwischen, dann wieder die Bewegung. Wir sehen dann im weiteren Verlauf hier den Bruch, die Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung und dann geht es auch wieder munter in die andere Richtung. Umbruch, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und jetzt haben wir im kleineren Bild den Aufwärtstrend zunächst mal gebrochen. Die Gegenbewegung aber, die ist noch kein Abwärtstrend ausgebildet, also sind hier noch nicht nach unten durchgelaufen sollte, dass der Fall sei. erste mögliche Unterstützung aus meiner Perspektive recht naheliegend. Zum einen gleitender Durchschnitt kommt hier angelaufen. Zum zweiten diese Marke rund bei 2,45 Dollar von hier aus. Meines Erachtens nach vielleicht charttechnisches Signal möglich, um dann nochmal eine Gegenbewegung einzuleiten. Das ist für mich erstmal die wichtigste Unterstützungsmarke. Wir sehen es hier, dass wir nach unten durchgelaufen sind. Hier im Vorfeld Unterstützung hat es alles so ein bisschen dünn hier. Aber nichtsdestotrotz ist es vorhanden. Aber entscheidend für mich ist, dass wir hier aus diesem Bereich wieder Impuls bekommen haben. Bewegung, Korrektur und weiter nach oben. Also die Bewegung von daher für mich erstmal hier die wichtigste Unterstützungsmarke. Kann sein, dass wir kurz durchbrechen und dann, wie gesagt, nochmal eine Gegenbewegung bekommen. Oder hier nach unten durchrasseln. Möglicher Widerstand auf der Oberseite. Wir sehen es hier Unterstützung. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Nochmaliger Widerstand. Sollten wir hier nach oben ran laufen. So grob bei 3,13 Dollar wäre hier im Tagesschart für mich erstmal die wichtigste Widerstandsmarke. Der RSI verläuft hier im Mittelfeld. Also da noch keine großen Aussagen zu erkennen. Und da sehen wir schon auch im Stuttenschart hier ein identisches Bild eben mit diesen jeweiligen Wechseln, die wir gesehen haben im Auf- und im Abwärtstrend. Interessant hier, als wir den Aufwärtstrend gebrochen haben, sehen wir, dass wir hier viel Dynamik reinbekommen haben. Also einen sehr, sehr starken Abgabedruck. Dann hier nochmal die Korrektur und dann ging es hier entsprechend weiter nach unten. Gehalten hat der Markt dann eben hier an diesem Tisch bei 2,63 Dollar. Wäre für mich jetzt auch auf der Unterseite erstmal die wichtigste Unterstützungsmarke. Und damit einhergehend sehen wir natürlich dann auch, dass ich dann eben nach diesem Bruch hier, Bewegung, Korrektur, jetzt muss man so ein bisschen filigran werden, hier ist es tiefer, tief, nochmal eine Korrektur, Bewegung, Korrektur, also Seitwärtsphase, dann bis hier so ein bisschen kleinlich, ging es wieder nach unten. Also hier der Abwärtstrend zunächst erstmal hier gebrochen, dann geht es weiter, Bewegung, Korrektur, Bewegung, auch das hier so Seitwärtsschiebephase. Aber auch diese Mark ist hier zunächst erstmal wieder nach unten gebrochen. Möglicher Widerstand für mich auf der Oberseite hier grob im Bereich 3, Dollar 1 hier im Stundenstart eben vor dem Hintergrund, dass wir aus diesem Bereich hier nach unten so nachhaltig und deutlich nach unten weggebrochen sind. Und wenn wir dann auch hinschauen auf der Abwärtsseite, also auf der Short-Seite, sehen wir, dass wir hier immer wieder sehr deutliche Impulse bekommen. Auch hier jetzt wieder, es gibt einen deutlichen Impuls, dass es hier nach unten weggeht, wo wir hier zwischenzeitlich diesen korrektiven Aufwärtsimpuls hatten. Also von daher momentan für mich hier im Stundenstart wichtigste Widerstandsmarke 3,01 Dollar, wichtigste Unterstützung zu grob bei 2,63 Dollar. Zuerst mal erstmal zu meiner Einschätzung rund um Natural Guest, wie es weitergeht. Das bleibt natürlich zunächst erstmal abzuarbeiten, aber zumindest haben wir uns vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tagesschart und im Stundenchart. Denk auch bitte mal daran, alles was wir hier im Video und im Chart zu besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss dich den Kanal direkt zu abonnieren, dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis daher wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.